So, heute haben wir die neue Henne bekommen, die anderen fressen gerade Reis, lecker, lecker, lecker Reis. Und da ist schon die neue Rocky, die neue Amrock Henne. Hat auch schon ein bisschen Haue bekommen von den anderen, aber ganz kurz nur, dann war der Fall geklärt. Bleibt nur noch zu überlegen, wie ihr die Nacht übersteht, ne? Seid nett zu ihr. Ja, es schneit, ich weiß. Seid nicht ganz so böse zu ihr. So, das hat Hippie jetzt seine kleine Paten auf dem, hoffe ich. Die anderen beiden Zicken hier unten müsst ihr euch mal zusammen raufen. Ne? Ah, ist doch schön. Die frisst gut. Den Stall heute Abend wird sie wohl finden, wenn die anderen vorgehen. Ja, komm schnell, so kriegst du vom Reis nichts mehr mit. Also, die Vergesellschaftung hat super funktioniert. Bisschen abgelenkt durch Futter. Ist wie bei uns Menschen. Da sind wir alle friedlicher. Wir haben sie erst zwei Stunden separat gesetzt, aber so, dass die anderen sie auch sehen konnten. Und kein Gekrähe, kein Gegacker. Es ist total still und friedlich abgelaufen. Sie hat auch schon gut gefressen. Sie weiß, wo das Wasser ist. Scheint eine schlaue Henne zu sein. Ist wie ein bisschen Vielen Dank.